Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich ja bereits auf Instagram und YouTube mal angetönt, dass es eine überkrasse Ankündigung geben soll. Nun ja, tatsächlich habe ich es geschafft, innerhalb des ganzen Kanti-Stresses diese wichtige Ankündigung noch aufzunehmen. Und zwar handelt es sich bei dem Ganzen um eine unbezahlte Kooperation mit dem Blumengeschäft Steinmann Floristik. Die Inhaberin des Blumengeschäftes ist Teil meiner Familie und hat vor kurzem auch angefangen auf geschäftlicher Basis im Internet aktiv zu werden, sprich Instagram, dann eventuell bald auch noch Facebook, hat schon länger eine Webseite. Und wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, im Zeitalter der Digitalisierung ist es extrem schwer, mit einem kleinen Start-up im Internet dann bekannt zu werden und deshalb möchte ich ihr dabei etwas helfen. Ich meine, ich habe jetzt zwar nicht 100.000 Follower oder so, das will ich hier auch gar nicht behaupten, aber ich denke, selbst mit knapp 90 Followern kann man hier etwas erreichen. So, aber was ist nun mein Teil an der ganzen Sache? Und zwar habt ihr die Möglichkeit, eine digitale, unterschrittene Autogrammkarte zu bekommen, plus einen exklusiven Song. Ich werde euch nachher ein Video einblenden mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ihr alles tun müsst, um diesen Song und diese Autogrammkarte zu bekommen. Und wenn ihr die Schritte ausführt, besteht zu 100% die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das bekommt. Also das ist kein Gewinnspiel oder sowas. Ihr habt wirklich 100% Chance. Nun mögen sich Leute fragen, warum denn hier oben ein geblendet Werbevideo steht, wenn diese Kooperation doch angeblich unbezahlt ist. Tatsächlich erfolgt das Ganze unbezahlt, ist halt aber trotzdem logischerweise eine Kooperation. Und da ich keine Probleme mit YouTube oder Google bekommen möchte, habe ich das ja als Werbevideo gekennzeichnet. Und nun kommen wir zur ganzen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.